Wir sind unterwegs! Ciao, Luznau! Wir sind seit gestern in Holland. Genau, noch mal hier Familie verabschieden, besuchen. Ja, war schön gestern mit meinen Schwestern, meine Oma noch gesehen und meine Eltern. Und jetzt haben wir uns gedacht, was machen wir, Kate? Haare schneiden. Schön kurz, praktisch. Urlaubsfrisur. Ja, bin gespannt, wie die schneidet. Warum lässt du dich hier schneiden eigentlich? Freundin oder Bekannte von Kais Mama. Genau. Aber warum? Weil die das super schneidet. Und günstig, weil die Schwabe in Holland. Zeig mal, wie du jetzt dann aussiehst. So, bereit für die Reise. Monique, als ihr das seht, vielen Dank für eure Kapsel. Hör mal. Schön siehst du aus. Ich würde dich immer mitnehmen. Ah, das ist nett von dir. Aber das ist schon echt schön. Ja, superpraktisch. So, meine Haare noch so wild wie vorher. Ein bisschen beigeschnitten, aber geht's wieder. Richtig schön aus. Wir sind ready. Und jetzt geht es ab zum Meer. Endlich. Du schreibst dir ein Tagesbuch. Ja, genau habe ich vor, dass ich immer ein bisschen was aufschreibe. Und dann kann man das danach schön in Ruhe durchlesen. Und immer mit Fotos. Das coole ist, ich habe von meiner Praxis, von der Arbeit als Abschiedsgeschenk, so einen Kodak, so einen kleinen Printer, so einen kleinen Drucker bekommen. Da kann ich dann von meinem Handy aus Fotos ausdrucken. Und dann kann ich immer einmal die Woche das schönste Bild ausdrucken, reinkleben und das dazuschreiben. Genau. Und so haben wir da ein bisschen in Erinnerung. Schön. Genau. Ja, genau. das war ein herrlicher tag ganze tag auf dem wasser mit freunden und family die fahren gerade weg noch hier hinter mir sondern geht langsam unter ich bin komplett erledigt habe es echt genossen war viel auf dem wing draußen geht hat sogar winzer auf set probiert jetzt schnell noch die letzte sache aufräumen in der bus backen ein pasta kochen und kraftanke wieder warum siehst du so unglaublich braun aus schon endlich mal warum siehst du so braun aus wenn endlich mal sommer schönes wetter sonne und viel auf dem wasser da geht es immer super schnell ich habe unser winzer als erste getestet genau und wingen waren wir und ihr einfach schön zeit mit family gehabt dann waren da keine große schwester mit mann und den kids das war auch sehr schön die wachsen ja so schnell verändern sich super schnell ja das war echt sehr schön wir waren übrigens am brauerstamm das ist einer der delta werken der der schützt gegen das wasser bietet und er verbindet die inseln schauendäuveland und choré-over-plaket miteinander und trennt dann das grevelinge-meer oder der grevelingesee mit dem nordsee das heißt man kann draußen auf dem nordsee fahren oder eben an der einen seite an das meer stehen an der see stehen das ist wo ich die letzte jahre auch gewohnt habe also da fühle ich mich ganz heim da habe ich auch viele freunde das war eben schön und dann von hier aus zu starten und zeigt mir die familie zu haben ja war echt cool hat sich auf jeden fall echt gelohnt bisher hat sich angefühlt wie einfach so ein normales wochenende langes wochenende in holland was wir ab und zu mal gemacht haben um die familie zu sehen das hat sich so angefühlt bisher aber jetzt geht es ums los ja das wochenende hat kein ende ab zum frankreich schön dass ihr dabei wart wir sehen euch nächstes mal dann wieder ja